Die Welt von Hello Kitty Hi Kitty! Hallo! Erzähl doch mal, was sind deine Urlaubspläne für heute? Heute werde ich den Zoo besuchen. Willst du mit mir kommen? Das ist das Känguru. Wusstest du, dass sie in Australien beheimat sind? Und das ist der Löwe. Man nennt ihn auch den König des Dschungels. Und das ist der Alligator. Kannst du glauben, dass sie bis zu 80 Zähne haben? Ich liebe es, in den Zoo zu gehen. Aber jetzt wird es Zeit, nach Hause zu fahren. Es hat wirklich Spaß gemacht, Hello Kitty. Ich freue mich schon auf dein nächstes Abenteuer. Hi Kitty! Hallo! Hello Kitty! Was für ein schöner Tag! Was sind deine Pläne? Heute mache ich ein Picknick mit Mimi und Joey. Oh, das ist schön! Hallo Mimi! Hallo Joey! Euer Essen sieht aber sehr lecker aus, Hello Kitty! Machst du danach ein Nickerchen? Nein, nein! Nachdem wir gegessen haben, werden wir tanzen! Mach das Radio an, Mimi! Hahaha! Das sieht echt spaßig aus! Jetzt habe ich auch Lust zu tanzen! Hi Kitty! Hi Mimi! Hallo! Hallo Kitty! Was werden wir heute Schönes machen? Heute werden mir Mimi und ich Kekse backen. Die Kekse wollen wir dann an unsere Freundin Familie verschenken. Sagt Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht. Danke! Aber das wird nicht nötig sein. Mimi und ich sind absolute Experten in Kekse backen. Mh, die riechen aber gut! Und lecker aussehen tun sie auch! Darf ich einen Keks haben, Hello Kitty? Möchtet ihr auch einen? Wow, Hello Kitty! Was für ein wunderschöner Sternenhimmel! Wollen wir uns zusammen die Sterne und Planeten ansehen? Ich habe eine bessere Idee! Wie wäre es mit einer Reise ins Weltall? Aber hast du denn ein Raumschiff, Hello Kitty? Naja, fast! Wir werden einfach unsere Fantasie benutzen! Heute werden wir unser Sonnensystem bereisen! Und wir beginnen auf der Erde! Der Planet, auf dem wir leben! Neben der Erde hat das Sonnensystem sieben weitere Planeten! Dies ist der Mars! Man nennt ihn auch den Roten Planet! Und das hier ist der Saturn, der umgeben ist von ganz vielen Ringen! Sieht das nicht wunderschön aus? Und, hat dir der Ausflug Spaß gemacht? Oh ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht! Und ich freue mich schon auf das nächste Mal! Hahaha! Das ist das Ding! Ich freue mich schon bei Ihnen! Das ist das Ding! Und da jetzt? Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.